Fangen an mit einem React, meine Freunde, auf ganz entspannter Basis. Beginnen wir heute mit einem React zu Reportagen. Der hat gestern, nee, vorgestern einen Song hochgeladen. Ihr seid alle mega Reportagen-Fans, ich auch, Digga. Und ich würde sagen, wir grinden das mal rein, meine Freunde. By the way, ich hab mir was saudummes gekauft, ein Margella, die Norflex an der Stelle. Ich stelle in Frage, ob das ein guter Kopf war oder nicht. Ihr könnt entscheiden, eins für ja, zwei für halt die Fresse, Revi. Ganz einfach. Ja, ich musste, ich musste, Digga, ich musste. Ja, ich sehe eine Menge Zweien, ich kann es nachvollziehen, ich kann es nachvollziehen. Okay, wir gehen rein in die Master, let's go. Reportagen, was hast du hochgeladen, mein süßer Schatz? Bo, 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 bo. Wenn kein einziges Yeah-Trip oder Bo dabei ist, kann ich es nicht ernst nehmen. Oh, Digga, auf S-Bahn angelehnt, hier das Video. Mari, hi, was geht? Yeah-Trip, danke schön für deinen Sub. Bo, bo, bo. Ich glaube, ich habe Luciano Tourette, ich kann nicht mehr aufhören, das zu sagen. Sehr, sehr melancholisch hier. Am Anfang sehr cineastisch eingehend. Da wird doch direkt die rechte Brustwarze hart. Manchmal haben wir diesen Stillstand und das Leben ist wie Bilder ohne Filter. Wir sind alle frei in diesem Käfig und sorry an die Family. Ich meld mich viel zu wenig. Wir schieben Dinge auf, erledigen sie nie. Unser Wille, der ist stark, aber uns fehlt die Energie. Manchmal... Sehr, 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 sehr deep. Was ganz anderes als aggressiver Battle-Rap, den man von ihm kennt. Hat man diese Tage Melodies-Therapie. Melodies-Therapie. Die Tracks immer hart und die Tracks immer sanft. Ich mach das, was ich will, aber niemals auf Krampf. Ich glaube, im Hotel war ich schon mal. Das ist in Berlin, glaube ich. Bro, die Hook. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das punktiert da so am Ende mit dem Hochgehen. Boah, sehr, 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 sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön melodisch. Ganz, ganz gut. Für so viele Dinge gibt es keine Garantie. Ich lass alles auf mich zu kommen wie im Anime. Meine Mucke, die ich mach, ist meine Galerie. Und ich flieg überm Beat, zieh durch die Streets und... Ich wusste gar nicht, dass er so gut mit seiner Stimme arbeiten kann, tatsächlich. Also immer eher für Punch... Für Punchlines und schnellen Rap und sowas bekannt gewesen. Aber... Krass, Digga. Krass. Auf jeden Fall, da ist ein bisschen Gesangstraining reingeflossen, würde ich sagen. Also schon sad und sehr deep. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde... Das darf Hip-Hop auch gerne mal haben. Gerne sogar. Vor allem, weil es ein schöner Kontrast ist zu ihm als Artist, als solcher. Wisst ihr? Warum sitzt er in der Badewanne? Äh, wahrscheinlich, ähm... Weil er baden kann möchte. Das war auf jeden Fall nicht Berlin. Probleme kann man lösen finanziell. Die Probleme sind hier drin, musst du lösen mit dir selbst. Da hilft dir auch kein Geld oder Statussymbole. Geh lieber zu meinem Bruder und spiel abends Konsole. Street Fighter 3, Playstation 2. Da hab ich mehr von, dein Leben ist Zeit. Los, Bissen oder Tod? Wollen die dich unten sehen oder willst du dich unten sehen? Warum traust du dir nix zu? Bist du weniger wert? Warum haben wir diese Angst? Wo kommt sie eigentlich her? Wenn man alles auf eine Karte setzt. Kann man was erleben wie beim Mass-Effekt. Du musst handeln und das ohne Diskussion. Hatte auch mal keine Träume und lebt einfach so. Geht mir gut rein, wirklich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann ich gar nicht großartig bewerten. Also, musikalisch, äh... Ist echt, ist wirklich cool. Immer weitermachen, habe keine Strategie. Ich lass alles auf mich, Zucker wieben, an der Milch. Meine Mucke, die ich mache, ist meine Galerie. Ich mag die Hubs sehr. Video auch sehr schön. Für so viele Dinge gibt es keine Garantie. Ich lass alles auf mich, Zucker wieben, an der Milch. Meine Mucke, die ich mache, ist meine Galerie. Und ich flieg überm Beat, sie durch die Streets. Sehr, sehr cool, Mann. Gefällt mir wirklich gut. Das zeigt sich immer wieder, man braucht kein High-Quality-Video, um eine Message vernünftig zu transportieren. Es ist wunderbar gemacht. Sehr, sehr einfach und trotzdem super, super schön vom Grading, von den Aufnahmen her. Sehr, sehr schön, Bro. Sehr, sehr schön. Shoutout an der Stelle an dich.